Hallo und herzlich willkommen zur Headset Company. Heute mal eine kleine Einweisung zum Thema, wie lade ich das Sennheiser DW Pro 2 richtig auf. Ab und zu gibt es Fehler, die unsere Kunden berichten. Dass gesagt wird, Mensch, das Headset hat sich abgemeldet oder das Headset hat nicht richtig geladen, liegt daran, dass häufig das Headset fälschlicherweise so in die Basisstation reingelegt oder reingestellt wird. Ja, so kann es natürlich nicht laden. Wichtig ist bei diesem Headset, dass diese Kontakte hier vorne an diesen Kontakten anliegen. Dazu nimmt man das Headset und nimmt diesen Bügel hier vorne und legt ihn einfach so an der Seite rum. Zack. So liegt es auch. Wichtig ist, dass dieser Bügel immer an der Seite von Kubus ist und nicht dahinter. Ja, das kann man auch auf der anderen Seite machen. Klickt man das einmal so ein und dann lädt er richtig. Einfach auf diese Lampe achten. Wichtig ist, dass die Lampe leuchtet, dann sieht man, dass das Headset lädt. Ich mache es nochmal, wie es nicht gehen soll. Das wäre falsch. Einfach so hinten reinstellen. Ja, so hält er auch nicht richtig und so leuchtet auch die blaue Lampe nicht. Zack. So soll es sein. Ja, so leuchtet auch nicht. Ja, so leuchtet auch nicht. Ja, so leuchtet auch nicht. Vielen Dank.